UNTERTITELUNG 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 An einer Universität haben wir mal einen Forscher kennengelernt und der hat uns gesagt, dass er das Licht abschalten kann nur in dem, was er das denkt. Das war der Moment, wo wir gefunden haben, das ist brandheiss. Und jetzt sind wir auf das Thema gekommen, dass man eben Maschinen mit dem Hirn verbinden kann. Mein Name ist Martin Kathriner, ich leite bei Samsungs Team Corporate Affairs. Mit diesem Team fokussiere ich mich auf die Global Megatrends. Das bedeutet, wir müssen herausfinden, was ist übermorgen und was das für Auswirkungen auf unser Zusammenleben in der Gesellschaft bedeutet. Bei Samsung sind wir der Überzeugung, dass Technologie für alle gemacht ist, egal was du für einen Hintergrund hast. Wir haben uns auf die Suche gemacht in der Schweiz nach einem Projekt, das wir mit Menschen mit Behinderungen anwenden können, wo wir aufzeigen können, was Technologie im Alltag von solchen Menschen kann bewirken. Und dabei sind wir auf das faszinierende Projekt gestossen von der Verbindung vom Hirn zu einer Maschine. Für uns war die Frage ganz wichtig, wie man einen Fernseher sehr einfach bedienen kann. Und eigentlich benutzt man gerne seine Hände für die Fernbedienung, man kann per Stimme kontrollieren. Es gibt viele Optionen. Und immer ist das Gehirn am Anfang von jeder Intention der Steuerung. Und wir dachten uns, es wäre doch eine tolle Idee, wenn wir jetzt direkt am Gehirn einem tatsächlich die Signale abgreifen können, die den Fernseher steuern. Also eine Fernbedienung durch das Gehirn. Mein Name ist Martin Gialas, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Luzern und bin im Bereich Elektrotechnik tätig. Wir suchen in den Gehirnströmen nach bestimmten Mustern. Diese Muster werden beim Benutzer dadurch erzeugt, dass er auf einen Bildschirm schaut, auf dem ein Schachbrett dargestellt wird. Mein Name ist Bea Pösch. Ich habe mich bei diesem Projekt aus Proband zur Verfügung gestellt, weil mich das sehr spannend gedaukt hat, als sie von dem erzählt haben, wie an Hirnströmen etwas messen können. Auf dem Bildschirm werden vier Schachbretter dargestellt, die mit verschiedenen Geschwindigkeiten invertiert werden. Diese verschiedenen Invertierungsgeschwindigkeiten erzeugen verschiedene Muster in den Gehirnströmen. Jedes Muster wird einem bestimmten TV-Befehl zugeordnet. Der Vorteil der neuen Technologie sehe ich vor allem da drin, dass die Lebensqualität für unsere Leute, für unsere Patienten sich steigert, dass sie wieder einen Teil Unabhängigkeit erlangen können. Mein Name ist Barte Kimpe. Ich bin Ergotherapeut und Teamleiter von 13 Physio und Ergotherapeuten hier im Parablägezentrum Notville. Dass wir das Projekt in der Schweiz gemacht haben, ist eigentlich nicht umsonst. Die Schweiz hat eine grosse Tradition mit sehr innovativen Firmen und Hochschulen, wo die Innovation eigentlich jeden Tag gelebt wird. Die Schweiz hat aber auch eine Tradition im humanitären Bereich und hat sich immer um die Menschen kümmern. Und da sind wir besonders stolz, wenn wir so zwei wichtige Sachen in diesem Projekt zusammenbringen konnten. Und da sind wir sehr wichtig und sehr wichtig für mich. Für mich war es heute das erste Mal, dass ich an einem Fernseh die Bilder bewegen via meinen Hirnströmen. Und das war wirklich ein Haarerlebnis, weil ich mir das gar nicht so richtig vorstellen konnte. Und innerhalb einer Sekunde konnte ich ein Bild wechseln. Ich konnte einen Ton ausschalten, einen Ton einschalten. Und ich denke, für jemanden, ich bin zwar selbst im Rollstuhl und habe gewisse Einschränkungen, aber jemanden, der sich nicht mehr mitteilen kann, ist das wahrscheinlich eine grosse Welt, wenn das ausgereift ist, die für ihn aufgeht und für ihn selbstständiger macht, ein Stück weit. Ich bin jetzt der Und du bist Vielen Dank.